hallo und herzlich willkommen meine lieben in unserem swamp lake zoo wie ich euch bereits versprochen habe werden wir heute eine kleine tour durch unseren südamerika bereich in unserem zoo machen und uns einfach noch mal anschauen was in den letzten wochen und monaten hier so passiert ist ein kleines stück vorgehen damit uns die leute nicht vor die kamera laufen was in den letzten wochen und monaten so passiert ist und entstanden ist wo wir uns dann letztendlich in den europa bereich begeben dort werde ich euch dann vor die wahl stellen wie es dann weitergehen soll mit den videos aber jetzt sehen wir uns einfach gemütlich mal den südamerika bereich zusammen beginnen werden wir das ganze gleich hier linker hand wo sich die ganzen besucher schon tummeln und zwar ist hier auf der linken seite unser erstes gehege entstanden nämlich das gehege der lamas und hier haben wir schon ein der kollege hier schaut über den zaun und begrüßt uns schon recht freundlich hat seine ohren kurzzeitig zurückgelegt ich dachte schon er möchte uns anspucken aber er hat sich dann doch dagegen entschieden wofür ich sehr dankbar bin und ich würde sagen dass wir jetzt einfach nicht diesen weg weitergehen dann als nächstes ist ja unser amazonas haus entstanden aber damit wir einen schönen rundweg haben werden wir einfach das amazonas haus hier auf dieser seite betreten gegenüber und unserer großen bison und gabelbock nordamerikanischen prärie inzwischen ist auch der südamerika bereich recht gut besucht am anfang saß da ja eher noch so ein kleines bisschen mau aus aber inzwischen läuft es auch hier relativ gut hier sehen wir noch mal unser schönes gebilde mit tropischer bepflanzung hier auf der linken seite haben wir dann gleich das erste gehege mit unseren kaimanen auf dem trockenen sehen wir hier aktuell niemanden schauen wir doch einfach gleich mal hier in die unterwassereinsicht und schauen wir mal ob wir hier glück haben und jemanden sehen und tatsächlich hier hinten wenn wir mal genauer hinschauen und mal ein bisschen ranzoomen hier sind unsere kaimane am schwimmen glaube jungtiere müssten inzwischen auch vorhanden sein in dem gehege hier ich glaube eins davon ist sogar ein jungtier denn wenn ich mich nicht ganz täusche haben wir hier oben noch einen kaiman also entweder ist das hier oben das jungtier oder eins der beiden hier unten ganz schön viel los hier und wir gehen unseren weg weiter in unserem amazonas haus gehen wieder ein kleines stück nach oben und begeben uns zum nächsten gehege ich das gehege der riesen otter was wir nach außen hin offen gelassen haben dass die tiere auch ein außen gelände benutzen können keine ahnung wo wir jetzt aufgesprungen sind aber wir waren jetzt ein kleines stückchen oben hier so ein kleines bisschen und hier haben wir schon das gehege der riesen otter leider können wir aktuell keins der tiere doch hier hinten gerade im wasserbereich auch hier sollten wir das ein oder andere jungtier im gehege haben aber hier auch gerade jemanden der grund schwimmen und auch hier haben wir ein kleines jungtier hier wie gesagt die öffnung nach außen hin dass die tiere das außen gelände dann dementsprechend auch nutzen können und wir springen wieder über irgendetwas drüber jetzt riskieren wir hier noch einen kurzen blick und schauen mal ob wir hier noch etwas entdecken ja und hier sehen wir doch jede menge kaimane 1 2 3 4 fünf habe ich sogar gesehen vielleicht habt ihr noch einen entdeckt aber ich habe jetzt insgesamt fünf tiere gezählt hier drin also es scheint ganz gut zu laufen die tiere scheinen sich recht wohl zu fühlen und sich auch die mit freien zu vermehren und in diesem sinne verlassen wir dann auch amazonas haus durch diesen seil vorhang wieder und gehen nach draußen hier sind wir wieder gegenüber von unserem lama gehege da sehen wir unsere tiere noch mal das hier sieht auch aus wie ein jungtier für mich also nachwuchs überall in unserem zoo so dann versuchen wir mal ein bisschen gas zu geben hier und ihr seht hier im hintergrund schon die casa madrigal die unser restaurant einleitet die werden wir jetzt aber erst mal noch nicht besuchen denn wir werden hier jetzt erst mal zu unseren riesen ort dann noch mal gucken und hier in der unter wasser einsicht kurz die tiere beobachten genau hier seht ihr das eben noch mal das offene gebäude nach außen hin wo unsere tiere den außenpool nutzen können gut dann schauen wir weiter denn wir haben ja noch ein bisschen was zu entdecken hier im südamerika bereich genau gegenüber haben wir das haus für unsere großen ameisenbären und da sehen wir hier auch schon ein jungtier wir klettern jetzt einfach mal über den zaun drüber und hier liegt eines der alttiere und schläft das heißt das bestimmt das andere erwachsene tier sich hier draußen irgendwo aufhält und hier da läuft er uns davon der ameisenbären da bleibt doch noch ein bisschen hier ja auch wieder ein schönes kleines feines naturnah gestaltet das gehege für die ameisenbären alles eben mit dieser nordamerikanischen bepflanzung gehalten wie wir es generell in unserem zoo haben gleich auf der gegenüberliegenden seite haben wir dann das gehege der mittelamerikanischen tapiere auch hier haben wir ein jungtier der hinten gerade mit mama oder papa sich aufhält und auf dem weg ins wasser ist oder es sich kurzfristig dann doch noch mal anders überlegt auch die tapiere haben ein sehr schönes großes gehege mit einem großen schwimmbalch und hier kommen wir zu unserem restaurant und zu unserem aushängeschild in dem südamerika bereich der casa madrigal aus dem film aus dem disney film in kanto hier steht es auch noch mal und hier kurz der blick auf die wunderschöne casa leider sieht man die kerze jetzt hier nicht mal gucken wenn man noch ein stück weit zurückgehen ohne dass wir hier ins gehege reinspringen bzw dann im wasser landen leider sieht man die kerze nicht und hier angrenzend unser hübscher kleiner feiner restaurantbereich ja auch gut besucht ist noch nicht alle tische besetzt aber tische sind noch frei und dann setzen wir unseren weg fort durch das tapir haus hier kommt gerade einer angeflitzt und zack ins wasser mit dir oder nein da hat nur ein bisschen durst genau durch das tapir haus an dem das schildkröten innenhaus in den gebäude angrenzt hier haben wir eine unserer schildkröten gerade die sich auf dem weg zur futterkugel macht ja auch noch eine zweite die gerade gemächlich aus dem haus raus kommt und hier haben wir noch ein paar jungtiere hier ein kleines außengehege die tiere brauchen nicht wahnsinnig viel platz und halten sich ohnehin sehr viel lieber hier in ihrem innen gehege auf weil es da wohl temperiert und schön warm ist für die tiere genau und hier auf der rechten seite wunderbar haben wir sogar ein tapir hingehege im haus das sich jetzt hier hinlegt und ein kleines nickerchen halten wird dann verlassen wir auf der anderen seite auch schon wieder das haus und haben auf der rechten seite zum einen noch mal einen kurzen einblick in die andere seite das tapir geheges was wirklich relativ großzügig ist die tiere haben sehr viel platz hier und können sich auch gut aus dem weg gehen und hier auf der linken seite haben wir dann unsere jaguare untergebracht hier haben wir einmal den bereich der als art foliere gestaltet ist sehen wir hier haben wir auch ein schwarz gefärbtes jungtier und hier im hintergrund auch noch die mutter oder den vater ebenfalls in schwarz und hier sind jetzt gerade irgendwo abhanden gekommen da schwimmt wenn wir mal näher rangehen hier und einfach mal und über die barrieren hinweg setzen sehen wir dass die jaguare hier noch so einen kleinen schwimmteich haben ja wirklich sehr sehr klein ist dann haben wir hier noch die möglichkeit in das haus der jaguare hinein zu sehen da haben wir noch mal schwarze alt hier ein bisschen aus der distanz damit ihr das gebäude noch ein bisschen besser sehen könnt und hier auf der rechten seite haben wir dann die große schön gestaltete natürliche außen anlage auch mit einem großen schwimmbereich hier wieder und diversen kletter möglichkeiten sollten wir auch noch ein normal gefärbtes alt hier haben aber das zeigt sich gerade nicht hier sehen wir bloß wieder unseren schwarzen jaguar gerade und ja keine ahnung wo das andere alt hier hin verschwunden ist so damit sind wir schon fast am ende jetzt haben wir hier noch ein paar neue sachen für euch zu entdecken und zwar hatte ich ja schon bereits gesagt dass ich off cam diesen leeren bereich diese lücke bearbeiten wollte was ich hier auch getan habe zum einen habe ich hier mit diesen fake kieselsteinen ja bunte kies einlage letztendlich gemacht mit unterschiedlich gefärbtem kies und habe hier so ein paar terrarien mehr oder weniger gestaltet mit in denen ich so typische südamerikanische pflanzen hinein gesetzt habe hier aus dem grasland biome hier aus dem dschungel biome und hier drüben dann auf in dem letzten noch ab pflanzen aus dem wüchsten biome einfach damit wir hier mal so ein bisschen was anderes haben für die besucher genau und dann kommen wir hier auch schon zu unserem letzten gehege das in der letzten aus die letzte episode jahrs war tatsächlich die letzte episode entstanden ist das gehege für die kapuzineraffen ihr seht schon unsere affen sind hier gut unterwegs und sollten wir jetzt auch genau hier auf dem weg ins haus sein sehen wir unsere affen tollen und ich finde es wirklich toll dass sie hier diese plattform und diese hängebrücken so gut nutzen wir wirklich ständig unterwegs sind hier hat man dann eben noch mal ein einblick auch in das haus gut wie dieser affe hier an die nahrung rankommt es mir ein rätsel und wo er sich daran festhält auch aber ja ein paar kleine bugs die zeit immer irgendwie im und ich jetzt nicht weiter schlimm ja noch mal ein einblick ins gehege einzeltiere ist gerade eingebockst warum auch immer raus hier so und damit haben wir den südamerika bereich auch schon abgeschlossen wie ihr vielleicht schon gesehen habt haben wir hier auf dieser seite ja auch schon die einleitung nach europa jetzt ist die frage ich werde euch jetzt einen kleinen einblick zeigen an europa wir hier im hintergrund sehen könnt ist da auch schon einiges passiert ich gehe mal aus der besucheransicht eben wieder raus gehen wir schnell noch mal nach europa rüber kurz die abkürzung ja so genau europa ich habe einiges schon gebaut hier lasst mich doch in den kommentaren bitte wissen möchtet ihr sehen wie die landschaft bzw die gebäude hier in europa entstanden sind ich habe das ganze aufgezeichnet ich kann da gerne noch mal ein speed bild für euch draus machen ich habe nur in der vergangenheit gesehen dass die speed bild von von reinen gebäuden jetzt nicht so wahnsinnig gut ankommen und nicht so sehr interessant sind anscheinend für euch sondern ihr eher fokussiert zeit auf die tiergehege wir haben ja auch schon ein speed bild vom restaurant bei der casa madrigal und auch von ja von dem terrarien gebäude und von dem restaurant im nordamerika bereich deswegen meine frage seid ihr daran interessiert wollt ihr das noch mal sehen wie ich das ganze hier gemacht habe oder sagt ihr das reicht eigentlich wenn ich jetzt hier so im rundgang sehe und ich möchte er dann beim nächsten mal ein neues tiergehege sehen wie gesagt lasst mich gerne in den kommentaren wissen dann werde ich mich danach richten und selbst wenn ein tiergehege als nächstes kommen sollte kann ich gern das video mit den gebäuden noch nachreichen so jetzt zeige ich euch aber mal eben was hier entstanden ist und zwar habe ich hier auf der linken seite ein paar gebäude gebaut ich habe diesen europa bereich den ich hier gestaltet habe so ein bisschen nach deutschem muster so ein bisschen schwarzwald mäßig und so weiter gestaltet auch viel der fantasie einfach überlassen ja genau hier haben wir einmal eine toilette drin sowie hier eine kleine bäckerei wird ein bisschen innendekor auch ihr seht ich habe auch schornsteine hinzugefügt bisschen atmosphäre hier und im hintergrund auch schon so ein bisschen der landschaft hier wird noch ein gebäude entstehen für die mitarbeiter die sich dann um unsere tiere hier im europa bereich kümmern werden da wird ein gebäude komplett ausreichend dafür wir haben ja nicht sehr viele tiere im europa bereich es sind ja gerade mal vier plus der feuersalamander den ich auch noch irgendwo unterbringen werde und nun haben wir noch etwas recht schönes worauf ich echt stolz bin unser restaurant das seehaus hier haben wir einen kleinen bootsteg mit mit zwei kanus die hier warten die man hier erreichen kann hier seht ihr schon da kommen wir später dazu das ist ein teil unseres gastbereich ist hier haben wir einen eingang ins seehaus seehaus ist innen drin noch nicht komplett ausgestattet also da muss ich noch ein bisschen was machen aber wir haben hier ein paar sitzgelegenheiten hier ist es schon einigermaßen dekorierter kommt aber auch noch was dazu und hier haben wir einen blick in unsere küche da ist gerade noch nichts los ganz einfach aus dem grund ich habe beim letzten mal vergessen ach ja hier haben wir noch ein souvenir shop ich habe beim letzten mal vergessen diese tische und so weiter dem restaurant zuzuweisen deshalb erkennen die besucher das ganze auch noch nicht wirklich als restaurant gut hier steht es eben noch mal das seehaus hier noch mal ein blick auf der anderen seite und hier ist der eigentliche eingang fürs restaurant wie gesagt unsere gäste können dann hier drinnen sitzen bei schlechtem wetter sind zwar nicht sehr viele sitzgelegenheiten aber es sind zumindest welche vorhanden und nun kommt bei schönem wetter wenn unsere gäste hier auf der terrasse draußen sitzen da habe ich hier die tische so ein klein bisschen mit diesen pflanz inseln voneinander getrennt wird das ganze nicht so sehr aufeinander ja damit die gäste nicht zu sehr aufeinander sitzen und ihr haben unsere gäste einen wunderschönen ausblick über den see hinweg die berge und seht ihr das seehaus noch mal von der anderen seite sieht das nicht wunderschön aus mit der terrasse über den see landschaftsgestaltung muss hier noch ein kleines bisschen was passieren also ich bin noch nicht komplett fertig ihr seht diese berglandschaft hier ist auch noch ein bisschen kahl weiß auch nicht ob sie ganz exakt so bleiben wird ich werde es mit sicherheit noch ein bisschen verändern und ein bisschen verändern müssen auch wenn wir die tiere dann unterbringen damit die tiere dementsprechend auch platz finden ja das ist so was in den letzten tagen hier entstanden ist im europa bereich hier noch mal ein kleiner ausblick hier rüber auf die andere seite mit dem gebirge und jetzt noch mal ein kurzer blick von oben so dass ihr einen blick über unseren gesamten zoo habt der inzwischen doch schon eine beachtliche größe angenommen hat gerade jetzt dann auch mit dem europa bereich wir werden mit sicherheit mit den tieren die wir im europa bereich haben nicht den kompletten rundweg hier füllen können ich bin am überlegen wie ich das ganze dann mache ob ich dann nahtlos daran den australienbereich anschließe oder ob ich ob ich hier von noch mal eine abzweigung irgendwie machen nach australien hier rüber oder wohin auch immer das wird sich dann noch zeigen aber das ist auf jeden fall jetzt mal der zoo in wir bis jetzt hier gebaut haben und ihr werden sich definitiv die nächsten episoden mindestens die nächsten vier oder fünf episoden dann abspielen diesen sinne bedanke ich mich bei euch wieder für euer zuschauen wenn es euch gefallen hat bzw generell wenn euch gefällt was wir hier in sonplexu schon alles erreicht haben dann gebt mir gerne einen like abonniert meinen kanal wenn ihr auch in zukunft keine episode mehr vermissen wollt verpassen wollt und ja lasst mich in den kommentaren wissen ob ihr den bau des seehauses sehen möchtet oder nicht ob ihr das seehaus vielleicht sogar als blueprint haben möchtet im workshop um es runterzuladen und ja genau und wir sehen uns einfach dann das nächste mal wieder wenn es hier weiter geht in unserem swamp lake zu und wir voraussichtlich das nächste tiergehege bauen werden das dann in diesem bereich entstehen wird und ihr könnt schon mal raten was dort dann unterkommende ist dahin macht es gut und auf wiedersehen